Hollywood kann jetzt auch nach Wien kommen Nach nicht einmal zwei Jahren Bauzeit ist es soweit, die beiden Filmproduktionshallen in der 7. Heidequerstraße 6 im 11. Wiener Gemeindebezirk gehen in Betrieb. Der Hafen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, und die HQ7 Studios, ein Unternehmen der CC Real International und 3MPG, realisierten gemeinsam am Betriebsstandort HQ7 II nach internationalem Standard geplante Soundstages. Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke, Wien Holding-Geschäftsführer Kurt Golovitzer, die Hafen-Wien-Geschäftsführung Fritz Leer und Doris Pulker-Rohrhofer sowie Anu Schanker, Managing Director HQ7 Studios GmbH, übergeben die beiden Studios nun offiziell ihrer Bestimmung. Früher produzierte man Filme in Wien in den Rosenhügel-Filmstudios, vor rund zehn Jahren wurden sie geschlossen und sukzessive abgerissen. So entstand eine Lücke in der heimischen Filmbranche. Als Ausweichquartiere wurden in den vergangenen zehn Jahren dann oft leerstehende Industrie- und Lagerhallen im Raum Wien provisorisch und aufwendig zu Studios umfunktioniert. Das soll sich nun ändern und durch den Bau der HQ7 Studios können auch internationale Produktionen wieder nach Wien geholt werden.